hallo das hier ist ein zeitfest also was ist dein lieblingswort auf japanisch welcher dieser wörter ist für dich hinterlernen blut so machen wir mal blut und noch mehr wörter von das universum die 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 machen einfach mal die was auch bringt diese wird nicht so dumm und jetzt farben roh das ist von diesen wörtern am wichtigsten ist frieden am besten welche diese an mir gefällt und keine charakter aus und diesen eine eigenschaft von dir ich kann es da gut die zeit die geht vorbei diese eigentlich wichtig mach einfach mal das so schnell das kannst du gut programmieren ich mal programmieren sagen was lieblings anime fantasy sie möchte einfach mal ich glaube ich ja das war doch dieser typ ausreden ich komme bitte nehmen das was auf dich zutrifft weiblich so ich habe weiblich genommen egal ich bin dumm welche charakter findest du wissen das ist ein schöner namen keine ahnung ich habe davon fairytale lucy lucy ist glaube ich die einzige die ich noch kenne das ist lange her und das lange her sagen wir welche an mir von den mann liebsten magst wie oft schaust du fern oder computer wenn du einen anime charakter zum freund haben könntest welcher würde ich habe keine ahnung was das konnen was würde du machen wenn du mal höflich sagen wir es mal so okay jetzt könnt ihr was wird er bist du ich kenne dich nicht welche anime charakter bist du sie hat erinnerungen an ihre eltern ich glaube dieses diesen test der war nicht korrekt würde ich mal sagen weil das war auf zeit da habe ich nicht gut da habe ich einfach irgendwas sagen das war so gemacht okay interessant